Das eben war die, wo du so ausgerastet bist, oder? Das war die, wo ich so ausgerastet bin. Dann machen wir jetzt eine, wo ich am Ende halt irgendwie noch so einen Randgruppenwitz erzähle. Dann hätten wir das Display abgehakt, okay. Was, die Randgruppe? Ja. Welche? Folge 17 von Uncharted 2. Wir sind hier in dem Dorf vom Tenzin, das total zerstört worden ist. Ebenfalls zerstört Daniels Willen zum Weiterleben. Dann haben wir eine Tür aufgedreht. Daniel sagt, hallo. Da ist kein drinnen, steht es. Auf das holen. So. So. Du hast ihn nicht erschossen, dem ist nur vor Angst, dass du ihm jetzt den Helm weggeschossen hast. Sein Herz explodiert. Wieso haben wir eigentlich die Tibetaner? Ach. Nein, lassen wir das. Haben die die Waffen von denen, oder? Ich glaube schon, dass sie jetzt sicher... Die haben sich aber ganz schön gut gewehrt dann. Ich bin auch in den Arsch geschossen. Wie peinlich denn das. Wo, wo, wo? Über die, der war ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boah, du kriegst den Kanatwerfer, ich habe den bekommen. Fum! So viele Booms haben die aber nicht. Der hat sich wohl in den Kopf angehauen. Wo? Die schlappich mir. Das Ding da, so. Gibt es hier noch? Monizorn, Monizorn. Unnötig. Da sind viele Handys drin. Ne, hier geht es aber nicht weiter. Hä, waren wir da nicht eben? Bin der König im Affenstase. Reiz der Kletter, Max. Du hast ihn nicht angeben mit deinen Springkünsten. Achso, jetzt kommen wir nach dem Schild. Ja, natürlich. Tenzing hat es drauf. Tenzin. Wie der Old Shatterhand. So treu. Ich habe nicht gesehen, dass es gesehen hat. Dann doch lieber die Hammer. Hammer! 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 Er hat Arschloch gesagt. Ja. Und dass er es gesehen hat. Arschloch gesehen. Arschloch, ich habe es gesehen. Hammer! Hammer! Hallo, das ist volles Drama. Hammer! 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 Ach, das ist seine Tochter! Warum bringt er eine Tochter? Warum bringt er eine Tochter? Donner Eben. Hahaha! Okay. Tens, wir gehen! Was ist das Pständ ... Wirians tue, nicht! Ähm... 多fgezentig steht da und der Wind our wounds rüber na schön. ậpggt es ist nur ein Panzer stell die Schnitzel an Tentic Gertrude Janusso Riemann hat sogar die Wirbel hey der witz nicht auf die tibetaner schießen die haben uns gar nichts getibetan fern wir wollen was gewählt die sache mit tibet an hätte laufen wollen ich musste unbedingt die Situation gehen ich weiß es geht da gar nicht hoch genau erst die gefahr aufschalten dann das war der Panzer das war ich nicht ist doch nur ein Panzer das ist falsch hier steht genau wie unser Schuss fällt da muss ich was anderes machen die Straße weiter runter die Dächer wo ist denn der Tenzin hin? die ist doch schon mal scheiße der steht doch da der will dass du rüberkommst jetzt geh mir halt aus dem Weg du Dödel vielleicht musst du zu diesen Fässern die Tenzin Fässer jetzt hat dir mein Dfd so meinen schönen Tenzin Witz kaputt gemacht du Idiot ich nicht konnte beenden was für ein Optimist der ist vielleicht ist in dieser tibetanischen Dorfhütte eine Panzerfaust das Wort das ist die hier Trophys hier hier jetzt wär mir das wichtig jetzt wär mir das wichtig ja genau genau ich jeden nein ruhr 24 kann man aber die da ein herzanfall im laufschritt vielleicht übers dach links also mir geht ich würde es da rechts die Gitarre sie ist Ich verschnaub' hier mal kurz, wenn der Panzer alles pulverisiert. Around where? Hier durch. Achso. Ich bin hier durch. Ich muss da lang fahren. Da lang fahren. For a strange reason that worked. Achso. Ich muss einfach die Fußwege nehmen. Hier so. Tenzin! Where the hell did he go? Bleib lang? Mhm. Der ist echt ein bisschen doof, oder? Was versucht denn der da, um Nordnade umzubringen? Das ist es. Ich muss dich aufhören. Ich muss dich aufhören. Wo du gehst? Links, 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 wo du hinläufst? Da hoch! Da ist er! Da rein! Vielleicht bist du tot! Vielleicht bist du tot! Vielleicht bist du tot! Bist du doch nicht tot! Vielleicht sind die tot! Okay, wir gehen rein! Okay, wir gehen rein! Danke! 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 Nein, nein, nein! Kratzer Faust! Wie ist er? Was? Hab ich jetzt einen gekassiert oder hab ich denn die...? Nee, das ist nicht schon. Okay, wir gehen wieder runter. Okay, dann komm ich runter. Da oben aus irgendwie weiter? Der hat eine. Aber wie über den Zaun und da reinlaufen, oder? Ich kriege noch einen grusatigen Plan. Die war doch in der Panzerfaust. Ah, da ist die Panzerfaust. Da war die Panzerfaust. Es war die Mittlere. Oh, da oben. Jetzt stirb halt. Ich hab mal das Ding eingebrochen. Ich weiß nicht wie geht, aber dieser Panzerstress geht mir schon langsam auf die Keks. Der geht jetzt weiter. Hier hoch. Ich muss mal die Typen abknallen vielleicht. Ah, da ist doch die Panzerfaust. Ah, such fun. Ah, come on! Geiler Song. Oh, auch ein guter Salto. Da steht so ein Sniperbusche. Ja, ich weiß. Da steht der mit der Panzerfaust, der die das Fass gehauen hat. Wo ist die jetzt? Wo ist die jetzt? Die ist da runtergefallen, oder? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Die hat die Panzerfaust. Was ist das? Da steck ich mich ungefähr kurz. Okay, das ist das tollste Ding. Wenn. Da bin ich. Ja. Das ist dann das tollsteil. uin. Das ist dann das. Das ist das. Das ist noch ein Wunscher. Nee. Diez ist dann noch mal. schaden aber Panzerfaust ich komme die Granate okay ey wie du halt hier keinen verfickten Millimeter deine Ruhe hast hier vielleicht wir sind aus einem guten alten drei Treffer geworden wir gehen wir müssen noch weiter gehen wir müssen die Straße weiter hier rüber was? jetzt musst du gleich tot da kann man eben was machen ich bin in die Wand reinlaufen hm nein das kostet bestimmt so dumm ums Leben jetzt Deckung, 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 Panzerfaust hinten Panzerfaust, Panzerfaust Gott Inflation auf Panzerfaust also oh oh ging ja schnell Schaefer wo ist Schaefer? ich kann sie nicht nate sie haben Schaefer oh Gott das ist weil er hatte die Dagger ich weiß hey keine Zeit für zu schlafen wir müssen gehen ok ok schaue ok 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 wir müssen sie in der lead car wir müssen sie stoppen bevor Lazarevich wird sie ok ok ich habe eine Idee wo wo was bei die die los und nach ich die die natürlich ja ihr müsst auch noch ein bisschen äh dran hängen bleiben folge sind zu Ende bis zum nächsten Mal tschau